Die alternativen Beschaffungsmodelle von Dräger helfen Ihnen, Ihre Liquidität zu schonen und passen sich Ihren spezifischen Bedürfnissen an. Zum Beispiel durch Finanzierung Ihres langfristigen Bedarfs. Hier stehen Ihnen zwei Modelle zur Verfügung. Der Mietkauf oder das Leasing. Beim Mietkauf zahlen Sie Ihre Drägerprodukte in monatlichen gleichbleibenden Raten ab. Die Investition wird in Ihren Büchern aktiviert, der Zinsanteil ist Betriebsaufwand. Dabei sind die Laufzeiten unabhängig der AFA-Zeiten individuell wählbar. Läuft der Vertrag aus, gehen die Produkte in Ihren Besitz über. Das Leasing-Modell lässt Ihnen die Wahl, am Ende der kalkulatorischen Laufzeit folgende Optionen zu wählen. Verlängern oder zurückgeben, falls Sie in absehbarer Zeit neu investieren und die Objekte nicht aktivieren wollen. Kaufen? Für das Erlangen des Eigentums wird der dann gültige Marktpreis der Objekte angesetzt. Der Leasing-Vertrag ist AFA-abhängig zu gestalten. Die monatlichen Leasing-Raten sind in voller Höhe Betriebsaufwand. Drägerfinanzierung. Maximale Flexibilität und Planungssicherheit. Ohne Direktinvestition. Einaves- подпис Aberdeutschland. Maxime Sara